So, hallihallo, der NRW war 18 hier und es geht weiter mit Megaman 2. Und bevor es hier weitergeht, noch eine kleine Info für diejenigen, die Geheimakte 2 vermissen. Ja, es tut mir leid, dass es im Moment ein wenig länger dauert bei Geheimakte 2, nur wie gesagt, ich habe auch Arbeit um die Ohren und Geheimakte 2 erfordert eine Menge Hingabe, denn die Rätsel sind nicht gerade leicht und da muss man erstmal hinterkommen. Denn es nützt nichts, wenn ich ein Video aufnehme, wo ich euch zeige, wie ich nicht weiterkomme. Das ist dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass das alles hier meine Freizeit ist. Und ja, ich habe auch noch ein Privatleben. Naja, nichtsdestotrotz, Geheimakte wird weitergehen, keine Sorge. Ich bin da wie gesagt selber hinterher. Es dauert noch ein bisschen, aber ich denke mal morgen, ja, morgen wird es dann mit Geheimakte 2 auch weitergehen. Jetzt zurück zu Megaman 2, wir sind jetzt hier bei Dr. Wily angekommen und ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ah, ich hasse diese Viecher, ich hasse sie. Genau, und das ist so schön geskriptet, dass, äh, Moment. Ich dachte nochmal, was haben wir denn jetzt hier für eine Waffe? Ah, Mann! Das darf nicht wahr sein. Was ist denn das? Hallo? Äh, hallo? Was soll das denn jetzt hier? Okay, ähm, was ist da? Ah, verstehe. Schön, schön, schön. Da sagt auch einer, ich benutze keine... Ach du liebe Zeit. Nein, ein Leben, wie geil. Aber irgendwie müssen wir die Dinge noch hier auch kaputt kriegen. Aha, so kriegen wir die also kaputt. Boah, Mann, hau ab, Mann! Okay, wir rennen hier einfach durch. Da braucht man ihn wieder. Zack! Zack, zack! Nein, da ist ein Leben. Ha, da komme ich auch dran. Äh, nein, da... Nein! Ah, okay, so komme ich da dran. Ah, ist wieder kein Platz, oder was? Kommt! Komm! Moment, was war das nochmal? Ach, nee, Käse! So, geht's doch auch. Sehr schön. Oh, aber... Käse! Äh! Oh nein, der wird doch wohl nicht... Ach, Gott sei Dank. So gerade eben. Okay, dich kriegen war da mit klein. Eins, zwei, drei. Ey! Da fällt einem doch nichts mehr zu ein. Ah, mit wem habe ich den denn letztens so gut einheizen können? Wer war das nochmal? Oh, ich glaube, der war das. Danke! So, was haben wir denn hier? Ah! Moment mal, kann ich da auch lang? Nein, kann ich nicht. Okay. Er kann da verschwinden, aber ich nicht. Hm. Oh wei, jetzt hauen sie aber rein hier, wa? Ähm, Moment mal. Und drei war... Was war drei nochmal? Ach ja, richtig. Nein! Nicht wieder runter. Was ist denn, wenn wir das so... Ach nee, der geht da jetzt nicht links. Ja, der haut da ab. Okay, mach mal so, aber das wird... Nein. Hä, wie soll ich denn hochkommen? Ah, doch, boah, püpscht. Nee, der kann's nicht sein. Aber wenn ich eine Fähigkeit ausübe, das ist ja das Problem, dann kann ich keine andere ausüben. Das heißt, theoretischerweise könnte ich ja jetzt hier so machen. Nee, so nicht. Da seht ihr, wenn ich jetzt hier auf Start drücke, dann tut sich nichts. Nein, das war auch schlecht. Äh, wie soll ich da weiterkommen? Ja, da hab ich auch nichts von. Ach nein, jetzt brauch ich wieder das ganz... Oh. Ich verjubel hier meine ganzen Waffen. Das war der... Ach ja, das war Feuer. Das war Wind. Das war die Bäume. Ach, das Bubbles. Ja, und das war... Mr. Bumerang. Tja. Das war... Moment. Das war dann nach oben steigen, richtig? Nein, das war eher... Ja, toll. Wie soll ich da hochkommen? Das wird doch hier kein... Aber an Waffen hab ich alles. Das muss man aber auch mal dazu sagen. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt hier... Den nehme... Und dann ein Energietank. Moment, ich probier das mal aus. Ja, dann fühlt sich nur... Aber nicht die. Ach. Na, okay. Okay, dann brauchen wir das nicht probieren. Tja, Freunde. Und das meinte ich somit... Wenn ich nicht weiter weiß. Na. Das wurmt mich dann selber, dass ich... Nicht weiterkomme. Und ich kann mir vorstellen... Für euch als Zuschauer ist das noch viel schlimmer. Oh, fall doch nicht immer runter, Mann. Da. Wenn ich jetzt hier auf Start drücke... Da tut sich nichts. So, dass ich da eine andere Waffe auswählen kann. Wie soll ich da also hinkommen? Wenn ich hier... Hier... Und dann... So, vielleicht. Okay. Ach. Okay, kürzen was ab. Und so... Nein. Abkürzen. Okay. Nein. Zu hoch. Auch zu hoch. Zu hoch. Ah. Das war genau richtig. Oh, Mann. Nein. Aber das kann doch nur so funktionieren. Na, das ist zu tief. Da gibt's wahrscheinlich eine Höhe, die man treffen muss. Das ist manchmal nicht so kompliziert. Naja, das wird wahrscheinlich auch zu... Tief sein. Das war zu hoch. Das ist auch zu hoch. Ah. Sag mal, warum springe ich denn immer nach vorne? Das ist zu tief. Nein. Freunde, ich hab keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Ich würde vorschlagen, ich mach mir jetzt mal meine Gedanken und... Oh, mein Gott. Und dann sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. Also, dranbleiben. So, Freunde, und da sind wir wieder zurück. Ja. Item 3. Das... Nein. Meine Liebe, das hab ich doch auch. Mit Item 1 können wir uns... Nein, so nicht. Können wir uns eine Treppe bauen? Ah. Nein. Aber nur drei wahrscheinlich. Nachverkehrt. So. Nein. 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 Warum kann der da keinen vierten setzen? Okay, wenn wir jetzt hier warten... Nein. Ah, okay. Okay, ich muss erst warten, bis eins verschwindet. Dann... Kann ich mir... Ach, nein. Ah. Ah, 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 ah. Der Trick war es, einen Stück runter zu... Nein. Zu gehen. Haut ab. So, die Frage ist jetzt... Wo und wie es jetzt hier weitergeht. Das gefällt mir nicht. Hier muss da jetzt irgendwas kommen. Wow, was ist das? Was ist das? Ja, toll. Aleko, Mio, ey. Was ist denn das, bitte, Freunde? Okay, das schenken wir uns jetzt... Da wieder hoch. Ach, du heiliges Kanonenrohr. So, mal die... Ah, für hier. Das soll ein Endboss sein? Ja, ist klar. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Ja, natürlich. Und es leckt. Okay, die Waffe zeigt keine Wirkung. Oh, wow. Nein, nicht schon wieder. Ah. Äh, wollte ich stehen? Nein. Ah. Nein. Das war zu langsam. Oh. Ach, schon wieder verkehrt. Ja, also für alle die, die gesagt haben, äh, das ist total einfach. Wir können gerne tauschen. Wir können gerne tauschen. Komm schon. Moments! Äh, ja, nimm mal den. Oh, 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 oh. Okay. Alarm, 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 Alarm. Okay. Okay, 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 okay. Tja, Freunde. Dann würde ich sagen, war das wieder ein Time Megaman für, äh, heute? Nein, äh, nicht für heute. Gleich kommen noch ein paar, aber das soll es erstmal hier gewesen sein. Also, bis zum nächsten Mal. NRW bei 18er Jürgen. Ciao.